So Leute, herzlich willkommen zu diesem Kanal. Hier werde ich Sachen hochladen, die zum Beispiel nicht auf meinem anderen Kanal passen. Zum Beispiel werde ich hier ganz normal über Sachen reden, etc. pp. Also lasst gerne ein Abo da, aber folgt auch meinem anderen Account. Ja, das wollte ich sagen. Ciao, peace.